Okay, das ist schon mal gut. So Kisten mag ich momentan echt gern. Okay, da ist die Olle da unten. Die spricht sehr gern mit sich selbst, sondern ist auch ein Wohnwagen. Alles wichtige Informationen. Das müsste also der Bruder wahrscheinlich sein. Oder wer auch immer. Das ist auch immer sehr praktisch. Hier das Bad. Lecker, lecker, lecker schmecke. Das ist aber echt nett, wie wir Pistolenmunitionen nicht versteckt haben. Oh, und die Gemünzen liegen. Und Statuen. Ah ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Der Vogelplatz da unten wahrscheinlich. Okay. Guck mal, wie uns die wieder gut geht. Wir machen nicht ganz lieber besser als das Gras zu beißen. Nur... Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer mein hier. Ja, ich merke es. Ja, ich merke es. Wahrscheinlich... Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, Salot gesagt, in der Scheiße steckst. Ich muss mich nicht erschießen. Ich muss mich nicht erschießen. Okay, jetzt sind wir ja FSRs erstmal von dem Ende. Okay, ist trotzdem sehr gewalttätig. Ich bin hier runter gegangen, weil ich ein paar Sachen wegschließen wollte. Und speichern wollte, auf jeden Fall. Jetzt kam mir gerade der sicherste Weg dafür vor. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Jetzt mal hier an die Versorgungskiste. So, getan. Ah, man kann bis Turmmunition her... Cool. Ähm, erstmal die Schrot-Munition weg. Die bringen uns nicht zu viel. Die Artikel-Nunzen kommt da mal rüber. Holzschalter brauchen wir, den Hundekopf. So. Dann machen wir auch das Kraut weg. Die Schmikalien nutzen wir jetzt dafür, um mal Munition herzustellen. 21 kriegen wir. Oh ja, das machen wir. So. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Sind wir ganz gut gewappnet. Gucken, was sagt eigentlich unsere Uhr? Ah, war ganz in Ordnung. Ah, der ist nicht schockt. Kannst du. Gucken, wo er jetzt sich rumtreibt, der alte Mann. Okay. An einer Stelle, wo wir ihn nicht so schnell hoffentlich hier drin wiedersehen. Was nerviger ist, wir haben es schon gesehen, da unten hockt dann die Oma. Äh, nicht die Oma, die Mutter. Wie uns eventuell schüchig die Rechnung macht. Aber mal gucken. Jetzt mal das. Jetzt mal das. Jetzt ja ganz gemütlich den Vogel. Ich denke, das kriegen wir hin. Drehen. Einmal aber gilt schon, sehr nett, ob man jetzt hier auch wieder eine Tür öffnet, ja natürlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier einfach noch den dritten Kopf bekommen und schon raus können. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann bin ich halt mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Aber wir wurden dann auch infiziert oder was auch immer, oder haben die Gabe bekommen. Ich meine, unser Arm ist wieder dran und voll funktionsfähig, dass wir das nicht einfach so können, oder? Oh, das sieht doch nicht ganz gemütlich aus. Die Karte sagt, wir sind doch ganz gemütlich irgendwo gelandet. Ist hier wieder ein Schalter. Ne, diesmal nicht. Nein, das sieht doch schon wieder an. Bier! Bier ist aber gut. So. Wenn es sich vermeiden lässt, benutze ich natürlich für die keine Munition, weil... ich weiß nicht, ob es was bringt. Ob es vielleicht wie bei dem anderen, also beim Vierer zum Beispiel, muss man Münzen abschießen. das Objekt mit dem Psychotikum. Ja, warum? Oh! Oh! Ton-Munition. Ja, gut, dass wir ein bisschen was jetzt haben. Oh ja! Ich hätte 30 Maximares momentan tragen können. Ah, das Videokassette hätte ich noch wegpacken können. Ich depp. Ah, das ist cool. Wo ist der Mülleimer? Äh, Mülleimer ist eigentlich eine Toilette. Ne. Ich gucke mir gerade die Dinge an, ob man sie abschießen kann, ob da was runterfällt. Aber es sieht nicht danach aus. Sieht der Truth an. Unglaublich ein Truth an, oder? Da oben auch. Aber ne, sieht nicht danach aus. Ist hier auch ein Kabel. Okay. Achso, das ist wieder ein Schloss. Ich dachte gerade schon, hä? Was ist denn da drin? Jetzt haben wir hier wieder... Aaaaaaah! Warum fällt das raus? Ne, 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 ne. Eklig. Aber gut. Könnte ja auch ganz normal sein, weil es ja auch eine Angel-Einrichtung sein kann hier. Obwohl, wenn man das Rechtes Hause sich anguckt, ne. Da gehen die Leute zu oft angeln. Oh, da hängt wieder was. Jetzt könnten alle die Opfer sein. Sind ein paar. Irgendwie hängt der noch nicht. Okay, langsam wird es hier echt widerlich. Ich meine nicht, dass es die ganze Zeit nicht widerlich war. Okay. Was zur Hölle ist das gewesen? Muss man sich also vor... Schwarzen Zeug fürchten? Ganz groß. Jetzt gelandet. Ah. Ja, vor schwarzen Zeug fürchten. Ein ganz großes Kino. So. 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 We bleiben erstmal oben, bevor wir unten erkunden. Was eine sehr gute Entscheidung war, wie sie sich zeigt. Liebe Courtney, die Arschlöcher sucht nach mir, aber vielleicht gibt es eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du durch die Reliefs finden, wie Hundeköpfe aussehen. Ja, das haben wir schon fast. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Was eh unser Ziel gewesen wäre. Was kann da hin, was kann da hin. Jetzt nehmen wir erstmal alles, was wir nicht brauchen, da rein. Weil die Antibiotika sind, wahrscheinlich nur so eine Hilfestellung. Jetzt nehme ich schon fast eine Stunde auf, also machen wir noch ein bisschen weiter. Es macht auch richtig Spaß, das Spiel zu spielen. Also auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen, wenn es euch interessiert, auch euch auch zu kaufen. Es hat gerade gespeichert und das finde ich wieder nicht schön. Wisst ihr was, was ich seit Ewigkeit mal mache? Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Jetzt werde ich sagen, als wäre hier schon irgendwas rumlaufen. Ob man einmal sparsam sein und dann das. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Der hat die Pistole nicht mal ausgerüstet. Ich habe sie dreimal ausgewählt. Ich dachte, fünf Schüsse reichen, aber ich habe vorhin wohl besser den Kopf getroffen. Mal, die Sekretoren sind sehr widerstandsfähig. Um sie aufzuhalten, müssen sie wieder den Kopf abtrennen. Okay. Und das Zweite konnte ich leider nicht lesen. Den Kopf abtrennen haben wir aber eh verstanden. Aber ich habe echt gerade das Messer recht zum Schluss. Ich da ein bisschen... Na, Alter. Unverdächtig, doch. Das wüsste ich. Der zielt ja nur. Oh, jetzt muss ich jetzt mal nachladen. Spiele. Ich brauche schon ein bisschen viele Schüsse. Wollen wir kurz davor uns regenerieren. Seht nicht danach aus. Okay. Finde ich aber auch gut. Die erste Tür. Dann gucken wir da erstmal rein. Mir gefällt es nicht, wie schnell, wie langsamer man im Vergleich ist zu den Gegnern. Und ich auch antasten die Denkunden zu rennen. Gut. Lucas. Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links eingespüttet, damit er nicht wieder abhaut. Ruh' ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. Drei A und ein Handabdruck. Handabdruck. Okay. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Drei A und ein Handabdruck. Okay. Error. Würdigen. Horn. Oh. Noch Craig dran. Schlossen. Ach so, weil da sind zwei dran. Okay. Also soll es so gehen, oder? Oder? Oh. So, das hätte ich noch offen. So. Nicht. Weil da ein A mit bei ist. Also Travis. Ach so. Da ist schon Tamara drauf. Das sind drei A's. Das war doch nicht mal Absicht gerade. Okay. Taschenlampe wird es nicht raus von Kumpel. Schade. Na, dann gucken wir mal da rein, hä? Okay. Ich glaube, das war eine Tummel. Okay. Wir wissen jetzt, welches Ding wir nicht aufmachen werden. Gut zu wissen. Weiß schon wieder alles. Mann, halt auch kaum Schaden. War gar nicht aufgefahren. Ist er durch? Okay. War auch abzusehen. Okay. Da jetzt der Fuzzi. Das ist mir sicher, wie ich gehe. Okay, das hat gerade gleich geleckt. Ups. Aber es war in Ordnung. War vollkommen in Ordnung, dass ich es gestorben. Ach stimmt, der wollte ich auch noch mal halten. Okay. Ich auf. Okay. Was? Dann probieren wir es einfach trotzdem nochmal. Vielleicht droppt er ja was. Oder dergleichen. Okay. Okay. Jetzt muss ich ihn leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Mission wie erwartet. Du darfst auch wohl sterben. Hallo, holst du die Waffe raus? Geht doch. Scheiße. Ich will auf jeden Fall nochmal genau nachlesen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, die zu besiegen. Boah. Wenn ich es nicht nachgelesen habe, schreibt es in die Kommentare. Bitte. Außer es ist immer noch die einzige Möglichkeit. Und man hat es gebraucht, okay. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ups. Oder ihr denkt euch jetzt auch, oh Gott, verschiedene Positionen. Unnötig. Okay. Geht auch irgendwie auf. Art geht's. Ich will das Ganze entriegeln. Neue Munition. Skorpionschlüssel haben wir jetzt auch. Schatzfoto. Da waren wir doch drin. Riecht sehr schön. Kraut. Ist noch weiter runter. Ich fürchte aber eigentlich noch nicht weiter runter. Gott. Er schreckt mich nicht so. Gott, ich bin überhaupt nicht angespannt. Ich schwitze hier gerade nur wie nichts anderes. Ey. Die Munition ist gut, aber ich habe immer das Gefühl, dass hier irgendwas gleich angreift. Nicht um 10.000 km. Ganz großes Kino. So. Ah. Nein, etwas. Ja, ich wollte auch so bestimmt ins Menü gehen. Ach, schön, dass sie mich jetzt hier verlockt haben, dass ich nichts mehr machen kann. Ja, das ist überhaupt nicht unfair. Ha. Ich will das machen. Lassen Sie mich doch mal weit laufen. Oh, ich habe nichts mehr zu heilen. Ein ganz großes Kino. Oh, Gott. Warum machst du das Spiel mit mir das? Das hat sich gerade gar nichts gelohnt hier. Die ganze Pistolen-Malition war zu viel. Oh, je. Also zu wenig. Ja genau Hallo Ich habe dreimal gefragt ob er das Messer nicht draus holen möchte Siehst du jetzt mal das Messer? Danke Besser als nichts. Okay, mein Erfolg Was soll ich denn da unten durchkommen? Insgesamt gesehen Aber dann doch schon relativ unmöglich vor